Zweiter Tag, zweites Zimmer-Duell und wir sind heute auf der Bude von Cemal Seetzal und Daniel Franziskus. Moin ihr beiden. Moin. Moin. Zwei Fragen auch für euch heute. Schließen wir direkt los. Schließen ein gutes Stichwort. Wer hat im Training heute mehr Tore geschossen? Richtig. Wer von euch hat den härteren Schuss? Richtig. Wer von euch beiden gewinnt bei Fifa? Wer von euch beiden hat die größere Kulturtasche? Größere? Puh. Größere. Cemal, hast du überhaupt eine? Nein. Definitiv. Alles klar. Nein? Nein? Meine ist nicht so groß. Ah, okay. Wer von euch zwei redet mehr? Oh. Ganz klar. Das ist... Du bist nur am Labern, ja? Wer von euch beiden war heute häufiger im Buffet? Oh ja. Oh, das ist ganz, ganz einfach. Ganz, 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 ganz einfach. Aber es muss mal nochmal ehrlich sein, ne? Wer von euch beiden hält denn hier bessere Ordnung? Ja. Das stimmt. Wer von euch beiden ist schneller? Uff. Also, easy. Cemal. Cemal, ich bin alt. Ja, ich weiß. Stimmt das? Cemal, warst du fertig? Ja? Ja, stimmt. Du Ratze. Sag doch schneller. Und wer springt höher? Springt höher. Oh. Ja, brauchst du nichts drüber. Falsch. Cemal. Als ob du höher spielst. Ja, können wir gleich mal testen. Okay, komm. Wer schießt die besseren Freistöße? Oh. Cemal. Das fiescht, ja? Ah, komm. Bin ich mal. Ehrlich. Also, wenn du jetzt lügst, ne? Ich hoffe, du hast mich genommen. Ich hoffe, du hast mich genommen. Nein. Ah, da sind wir uns immer ohne eigentlich. Das passt schon. Wer ist sportlicher im Urlaub? Ja, ist easy. Sportlicher im Urlaub. Easy. Sag mal, du wirst nur mit Freundin gereist. Du hast nichts gemacht. War nur am Laufen. War der? Boah. Ist echt schön, ne? Ich hab schon viel gemacht. Neh, nehm ich mal Dani. Schon die letzte Frage. Wer ist der größere Morgenmuffel? Boah, das ist auch ganz einfach. Das ist auch easy. Tatsächlich. Okay, danke. Gerne. Gerne, gerne. Ich halt ein bisschen Spaß.